So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. Ja, begrüßen Sie mit mir zusammen. Jetzt spielen wir uns das total schön ab. Es folgt der Umzugswagen der Kommunistwagen des DS-Raus und Ingevau. Wir sitzen mit den beiden Präsidenten. Wir begrüßen den Landrat des Odenwaldpreises, M.G. Stubler. Maschine Stopp! Das ist wie beim richtigen Pressetermin. Hello! 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 Um 11 Jahre Fasnachtsumzug in Sensbachtal. Ich habe es noch nie miterlebt. Und muss sagen, das ist eine tolle Idee, die sich da weiterentwickelt hat. Macht weiter so. Die Sensbachtaler Fasnacht ist mittlerweile weit über die Grenzen unseres Odenwaldkreises hinaus bekannt. Ich danke euch und macht einfach weiter so. Ich komme jedes Jahr wieder. Gerne. Danke schön. Ja, wir bedanken uns auch. Ganz herzlich weiter. Auch wenn die Spendung gekommen ist, ist nicht vergessen. Ich begrüße, wer stattfelscht, die TSV-Gatte. Ein Augenschein in Sensbachtal. Hallo! 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 Ihnen folgt die Kickers des DSV Sensportal. Gezogen wird der Umzugswagen vom vereinseigenen Bus des DSV Sensportal. Dies Jahr neu angeschafft. Der durch seine Mitarbeit dies ermöglicht hat. Es folgt die Kindertanz-Showgruppe des DSV. Ich bitte Ihre Trainerin, Diana Rutte. Sie sehen nun die Hexen aus dem Tal. Die große Tanzgruppe des DSV. Ihr Auftritt in der Sitzung gestern Abend war ein Aufenthalt. Vielen Dank. Ich bin drei. So, roll, you can't fall and throw, throw, every shot is straight, flush, shut it up, in the rust, back on the floor, lyrical madness, on the mic, take it to the sun, 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 take it to the sun. Die Landfrauen aus dem Benchportal. Aber Sie können nicht nur Achterbahn fahren, um Holiday Park, Sie fahren scharf im Kreisverkehr. Ein herzlichen Dank an die Landfrauen, macht weiter so. Und jetzt, das wird der Landrat ganz besonders. Hellu! Ja, das ist das, das ist das. Ein Tag gehabt mit der Hfindersprünung und fangen mal was anfangen, gell. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy happy. that was you're normal. Vielen Dank für euren Besuch und viel Spaß in der Halle nachher. Ciao! Und jetzt kommen unsere Freunde aus, zum Besinn Andreas. Sie sehen nun das Bauwagenteam aus Wirwilden. Sie sehen nun auch der neu eingekaufte Mann vom MGBO Selbstmordal aus Wien. Sie sehen nun das Bauwagenteam 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 aus Wien. Ich begrüße die AH des TSV auch zum ersten Mal dabei, als Gründungsmitglieder des Selbstmachtaler Umzugs. Sie sehen nun den Zaubertrank von der AH entgegen. Ich grüße das Selbstportal der Prinzenpaar, die Alex und die Manuela. Als nächstes wollen wir die Fastenbachsgemeinschaft Embach. Wir vom TV in die Bau bedanken uns recht herzlich bei der Fastenbachsgemeinschaft Embach für den Besuch. Und jetzt kommt Meiers Paarstor, auch schon der Typ seiner TSV in die Baukastung. An ihm vielen Dank. Hey, little white guy in here. Hello. Lucky time is it for fans. Hello. How are we gonna buy you? Hello. Yeah. Shopsie. Shopsie, schenke ein Vor- und vor. Ein Vor- und vor. So wünsche ich mir, hey. Alles gut. Alles gut. Warte, wie sind wir so überstanden? Ja, sicher doch. Naja, es war durchs Rie, aber es war gut. Es war gut. Sport die Teilen mit Selbstport. Ja, liebe Lieben, das ist der Selbstportal-Umzug zum ersten Mal gewesen. Ja. Go, go! Joentil, lasst doch so raus. Ja. 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 Ja, liebe. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020